Herzlich willkommen zum siebten und damit auch wirklich letzten Teil in dieser Videoserie zum Thema Architektur der Wahrnehmung. Wir sind mit der Farbgestaltung im letzten Video nicht ganz durchgekommen, nicht ganz fertig geworden und davon gibt es hier noch den Rest. Was habe ich beim letzten Mal gemacht? Ich habe euch erzählt, wie Farbwahrnehmung funktioniert, was es damit auf sich hat. Ich habe euch ein paar Farbmodelle erklärt, die dafür gut sind, Farben zu definieren, vor allen Dingen ähnliche Farben, die zueinander ähnlich sind, zu definieren. Ja, und dann habe ich aufgehört und jetzt geht es noch um ein paar weitere zusätzliche Hinweise für Dinge, die unbedingt zu vermeiden sind. Das erste ist gleich ganz schrecklich. Guckt euch das mal an. Das ist sehr unangenehm, hier so drauf zu gucken. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt in einer Umgebung seid, wo es nicht viele Streulichter gibt, viel Störlicht gibt und ihr dann jetzt auf den Bildschirm guckt, dann müsste das sehr unschön sein. Woran liegt das, dass es so unschön ist, auf diese Anordnung zu gucken? Wir haben hier vollgesättigtes Rot und vollgesättigtes Blau. Und es gibt ein Problem. Ja, ja, ich mache es weg. Woran liegt es? Was war das Problem? Das Problem ist die sogenannte chromatische Aberration. Chromatische Aberration kann man wörtlich übersetzen. Also Chroma ist Farbe und Aberrare heißt Abschweifen. Man würde im Deutschen nicht Farbabschweifung sagen, sondern Farbfehler. Es gibt einen Farbfehler. Warum gibt es diesen Farbfehler? Erinnert euch daran, dass Licht ja verschiedene Wellenlängen hat und Licht verschiedener Farben auch verschiedene Wellenlängen folglich. Und Rot und Blau sind ja zwei Farben, die auch am Bildschirm als pure Farben ausgestrahlt werden. Also wo nicht gemischt wird, sondern Rot und Blau sind ja Grundfarben der Mischung, der RGB-Farbmischung. Ja, und jetzt haben wir vorne im Auge eine Linse. Und wenn man verschiedene Wellenlängen hat, Licht verschiedener Wellenlängen hat, dann wird das Licht an der Linse im Auge unterschiedlich gebrochen. Das sieht man rechts auch auf diesem Bild. Und das Bild, das zeigt so aus, also quasi von vorne kommt hier weißes Licht rein in diesem Falle. Und das weiße Licht wird so gebrochen, dass es quasi in Teile auseinanderfällt. Und das sorgt dafür, dass, sagen wir mal, der blaue Farbteil an einem anderen Punkt scharf ist, als der rote Scharfteil. Und das ist am weitesten auseinander, wie es gerade so geht, weil Rot und Blau an den unterschiedlichen Enden des Spektrums liegen. Das sorgt dafür, dass, wenn wir auf Rot gucken, anders scharf stellen müssen, unser Auge, unsere Linse, als wenn wir auf Blau gucken würden. Das ist noch kein Problem, solange wir Augen haben, die hinreichend flexibel sind und die Linse hinreichend gut, naja, angepasst werden kann. Haben wir damit kein Problem, Rot und Blau jeweils scharf zu stellen. Was aber ein Problem ist, ist beides gleichzeitig scharf zu kriegen. Das geht nämlich nicht. Das heißt, wenn ich auf eine blaue Fläche gucke und auf Blau scharf gestellt wird, wird automatisch das Rot unscharf. Und umgekehrt, wenn ich dann auf Rot gucke, wird das Blau unscharf. Und das führt dazu, dass, wenn ich diese Kombination habe, die ich hier habe, wo ich so viele Grenzflächen habe zwischen Rot und Blau, ist das so, dass man eigentlich nie beides scharf sehen kann und deswegen so ein ganz komischer Effekt besteht, dass man den Eindruck hat, Rot und Blau schwimmen so eigenartig übereinander. Das ist das, was unser Wahrnehmungssystem für uns daraus macht. Konsequenz ist daraus, man sollte das auf jeden Fall vermeiden. Die Kombination aus Rot und Blau sollte in jedem Falle vermieden werden. Und das gilt auch zum Beispiel für leuchtendes Rot auf Grau. Da haben wir das ähnliche Phänomen, weil der Blauanteil im Grau auch sehr hoch ist. Also gilt es, das zu vermeiden. Es ist nicht mehr so schlimm, wenn man Pastelltöne verwendet. Also wenn man quasi rosa auf hellblau, mein Chef hätte jetzt Blauser früher dazu gesagt, rosa auf Blauser verwendet, so pastellartige Töne, dann macht das nichts. Dann ist das bei weitem nicht so schlimm, denn dann ist das Licht, was man da kriegt, sowieso stark gemischtes Licht. Aber wenn man die puren Farbtöne Rot und Blau hat, dann hat man mit chromatischer Aberration zu tun und die führt genau zu diesem Effekt. Ihr kennt vielleicht chromatische Aberration, wenn ihr euch mit Fotografie beschäftigt und habt so ein paar Objektive da. Mal gerade gucken, ich muss nochmal einmal nach vorne greifen. So ein Objektiv von einer Spiegelreflexkamera hier in diesem Falle. Das hat natürlich genau das gleiche Problem, dass es diese chromatische Aberration gibt und die äußert sich in zwei Bildfehlern, in zwei typischen Bildfehlern. Das eine ist ein sogenannter Farblängsfehler. Den sieht man in der Bildmitte und der entsteht genau aus dem Phänomen, was wir hier in der Mitte sehen. Nämlich, dass sich das quasi ein Teil vorne fokussiert und der andere Teil hinter dem Film fokussiert oder hinter dem Sensor. Einer davor und einer dahinter. Das bedeutet, wenn wir weiß und schwarz haben, in weiß sind ja alle Farben drin und schwarz natürlich gar keine, und dann haben wir eine Kante dazwischen. Und das sorgt dann bei der Kamera dafür, dass an dieser Stelle so lilafarbene Säume entstehen, weil eben das Rot unscharf ist und das Blau unscharf und dann entsteht so ein lila Saum. Und am Rande haben wir das Phänomen, was wir hier auch sehen können, wenn ihr hier mal ganz nach rechts guckt. Da fächert das ja immer weiter auseinander. Da haben wir dann entsprechend Farbsäume, die so an den Rändern entstehen. Das heißt, auf der einen Seite der Kante haben wir dann so einen roten Saum und auf der anderen Seite einen blauen Saum. Und das sieht natürlich auch schrecklich aus. Und ja, bei der Fotografie ist das ein Problem. Da gibt es aber, wenn man gute Objektive hat, dieses dürfte dazugehören, gibt es Möglichkeiten, das zu vermeiden, indem man so Zusatzlinsen da reinsetzt, die dafür sorgen, dass das wieder an der gleichen Stelle fokussiert, dass die Schärfe an der gleichen Stelle entsteht. Im Auge haben wir diese Luxus leider nicht. Die Säume sehen wir trotzdem nicht. Wir sehen ja nicht irgendwie überall so lila Säume drumherum. Und wir sehen auch nicht immer alles unscharf, was ja eigentlich so sein müsste, wenn wir weißes Licht haben, weil das weiße Licht spaltet sich ja auf. Und dass wir das nicht so sehen, liegt daran, dass unser Wahrnehmungssystem das weiß so gesehen und darauf geeicht ist und uns das quasi wieder wegrechnet, wenn man das jetzt in so einer Computermetaphorik mal nennen möchte. Unser Auge ist nämlich eingestellt genau zwischen grün und rot. Also wir sind quasi gelb geeicht. Das sorgt dafür, dass wir gelbe und bräunliche Töne, die es ja in der Natur häufig gibt, scharf wahrnehmen können, aber auch grüne und rötliche Töne noch relativ gut, weil die Unschärfe relativ klein ist. Der Bereich dazwischen ist nicht so riesig groß. Das sorgt aber auch dafür, dass wir Blautöne nicht richtig wahrnehmen können. Die Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass wir alle eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern auch tatsächlich blauweitsichtig sind. Und was das bedeutet, das gucken wir uns auf der nächsten Folie mal an. Ich möchte gerade noch einmal hinweisen auf diesen Test hier unten rechts. Dieser Test dient dazu, so ein ganz billiger Test, um festzustellen, ob man kurzsichtig oder weitsichtig ist. Denn wenn man normalsichtig ist, dann müsste auf beiden Seiten die Schrift gleichermaßen scharf erscheinen. Wenn man entweder weitsichtig oder kurzsichtig ist, dann ist man besser auf grün oder besser auf blau eingestellt, wenn man so will. Aber dafür natürlich für die andere Farbe jeweils schlechter und dann entstehen Unschärfen. Das heißt, wenn ihr hier etwas unscharf seht, dann wäre es vielleicht eine Idee, mal beim Augenarzt vorbeizugucken. Andererseits möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass, wenn ihr jetzt irgendwas unscharf seht, es auch andere Gründe dafür geben kann. Es könnte zum Beispiel die Kompression des Videos schuld sein. Ihr könntet irgendwie einen Bildschirm haben, der da irgendwas schlecht macht. Also nicht gleich in Panik verfallen, aber es wäre ja vielleicht mal ein Anlass. Aber bei blau haben wir das Problem immer. Und das kennt man vielleicht auch, wenn ihr zum Beispiel in einen dunklen Raum kommt und in diesem dunklen Raum leuchtet als einziges irgendwo eine blaue Leuchtdiode. Vielleicht habt ihr das Problem schon mal gehabt. Dann ist es schwierig, diese blaue Leuchtdiode wirklich scharf zu stellen. Das gleiche Phänomen gibt es an der Uni. Wenn ihr mal abends an der Uni unterwegs seid, das könnt ihr ja jetzt sogar auch im Moment machen, da ist ja an einem der Türme oben diese Kralle, dieses Universitätslogo angebracht, in blau und so wirklich in so einem reinen Blau. Und auch da kann man Schwierigkeiten haben, im Dunkeln diese Kralle richtig scharf zu stellen, weil man dann dieses Problem hat, das darauf zu adaptieren, weil man da weit das Auge anpassen müsste, weiter als es normalerweise möglich ist. Bei Tage ist das gar kein Problem, denn dann hat man nicht so ein reines Blau, was da strahlt und auch vor allen Dingen viele andere Streulichter, viele andere Lichter in der Umgebung. Und dann kann man dieser blaue Kralle völlig ohne Probleme sehen. Beim Dunkeln kann das schwierig sein. Ja, und das ist genau das, was man auch bei Gestaltung bedenken sollte. Guckt euch das mal hier an. Es ist ziemlich schwierig, diesen blauen Text, also wirklich leuchtend blauen Text, auf dem schwarzen Grund zu lesen. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Genauso ist es mit dem schwarzen Text auf dem leuchtend blauen Grund. Weniger problematisch ist das, wenn das schon so eine gemischte Farbe ist. Und auf der rechten Seite ist das so. Das Blau, was ihr da rechts seht, sieht auch ziemlich blau aus. Aber das ist schon kein reines Blau mehr im RGB, also nicht 00255, sondern das ist ein gemischtes Blau. Da ist grau mit eingemischt quasi. Und schon hat man weniger Schwierigkeiten damit. Und das gleiche gilt für den blauen Text auf weißem Grund auch. Der ist nämlich auch nicht reines Blau. Und damit hat man dann weniger Schwierigkeiten. Aber reines Blau im Sinne von 00255, also RGB nur Blau, ist eine kritische Farbe und sollte man vielleicht gänzlich mal vermeiden. Ihr seht auch übrigens unten bei der Darstellung dort, wo ihr da Rot, Grün und Blau jeweils die volle Farbe seht, dass Rot, Grün und Blau sowieso ein Problem haben. Das Blau ist nämlich viel dunkler. Dass das Blau dunkler ist, liegt daran, dass wir weniger blaue Zapfen für Blau haben und deswegen weniger Lichtausbeute quasi bei Blau da ist. Das heißt, reines Blau ist sowieso schon mal kritisch, weil es immer relativ dunkel ist. Das ist bei blauem Text auf weißem Grund nicht so tragisch, da man dann eine relativ dunkle Schrift hat. Dafür hat man dann Schwierigkeiten, das Blau als Blau überhaupt zu erkennen. Aber darüber sprechen wir später mal, wenn wir über Textgestaltung sprechen. Dass eine Farbe nie für sich allein steht und wir dieses Simultankontrastproblem haben, das habe ich euch umfangreich erklärt an diesem Beispiel und auch hier an diesem Beispiel, wo nochmal dieses Verblüffende ist, dass wenn wir die Hintergründe wegnehmen, dann können wir dann auf einmal sehen, dass hier eigentlich die gleichen Farben vorliegen und hier der mittlere Balken eigentlich einfarbig gewesen ist. Das brauche ich nicht nochmal zu wiederholen. Wenn ihr das nicht mal parat habt, dann könnt ihr ja in das passende Video einfach reingucken. Ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der Punkt der Farbfehlsichtigkeit, den man bedenken kann. Ich habe am Anfang gesagt, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle Farben erkennen könnt. Das ist natürlich gar nicht bei allen Leuten der Fall. Es gibt relativ wenige Leute, die wirklich rein monochromatisch sehen. Aber es gibt ziemlich viele Leute, die eine gewisse Farbfehlsichtigkeit haben. Und da gibt es die verschiedensten Farbfehlsichtigkeiten. Die verbreitetste ist die Rot-Grün-Fehlsichtigkeit. Dann hat man Schwierigkeiten, in manchen Bereichen Rot und Grün auseinanderzuhalten. Also manche Töne werden dann gleich. Es gibt auch Rot-Grün-Blindheit. Leute, die das haben, die sehen wirklich überhaupt keinen Unterschied zwischen Rot und Grün. Mein ehemaliger Schuldirektor und mein Lateinlehrer, also die gleiche Person, war so jemand. Und da hat ein Schüler gerne mal Spaß daran, seinen Rotstift durch einen grünen Stift auszutauschen. Und dann hat er auch mal ganze Klassenarbeiten grün korrigiert, weil er das nicht gemerkt hat. Was wir hier sehen, ist ein Teil eines sogenannten Ishihara-Tests. Der ist schon ziemlich alt. Der ist schon Anfang des 20. Jahrhunderts, seit den 20er Jahren, entwickelt worden. Von einem Japaner namens Ishihara. Und der ist genau darauf ausgelegt, Farbfehlsichtigkeiten erkennen zu können. Und wer nicht farbfehlsichtig ist, sollte hier drauf auf diesen Flächen, bis auf bei einer, Zahlen lesen können. Ich lese euch die Zahlen mal vor. Also da müsste zu sehen sein, 45, 2, nichts, 42, 74, 97, 6, 3. Und es gibt bestimmte Farbfehlsichtigkeiten. Dann sieht man dort teilweise andere Dinge. Dann sieht man zum Beispiel unten links anstatt der 74 eine 21 oder eine 71. Dann, wenn man das sieht, hat man eine gewisse Farbfehlsichtigkeit. Es gibt sogar Farbfehlsichtigkeiten, die dafür sorgen, dass man auf diesem dritten Feld in der ersten Zeile dann auf einmal doch etwas sieht. Obwohl da für Leute mit normaler Farbsichtigkeit nichts drauf zu erkennen ist. Wenn ihr sowas habt, dann habt ihr das aber wahrscheinlich mittlerweile festgestellt, weil ganz so jung seid ihr ja auch nicht mehr. Aber dann liegt bei euch eine gewisse Farbfehlsichtigkeit vor. Was bedeutet das für uns in der Gestaltung? Das bedeutet vor allen Dingen, dass wir nicht rein mit Farben gestalten, also nicht Bedeutung in Farben ausdrücken und vor allen Dingen dann auch nicht in ganz feinen Nuancen. Das macht wenig Unterschied, sagen wir mal, in der Gestaltung von Fenstern und in der Gestaltung von Buttons. Wenn man nur so darstellen will, der eine ist vorne, der andere ist hinten und dann arbeitet man mit Sättigungen und Helligkeiten. Das funktioniert ja selbst in monochrom, zumindest mit den Helligkeiten. Aber wenn man natürlich in Farbe ausdrücken möchte, dass irgendwo ein Problem vorliegt, dann kann man für Probleme sorgen, wenn man dann Farben verwendet, die jemand, der das betrachtet, nicht sieht. Deswegen müssen in manchen Berufen die Leute sich untersuchen lassen, dass sie keine Farbfehlsichtigkeit haben, dass sie zum Beispiel rote Kontrollleuchten und grüne Kontrollleuchten richtig unterscheiden können. Wenn man das natürlich nicht voraussetzen kann und Software macht, die nicht für eine solche Berufsgruppe ist, wo man das sicherstellen kann, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass diese Informationen auch anders ausgedrückt werden. Also zum Beispiel, ich habe normalerweise eine grüne Leuchte und wenn ein Problem vorliegt, dann habe ich eine rot blinkende Leuchte. Dann habe ich immerhin mal zwei Möglichkeiten der Unterscheidung. Oder ich habe ein Computersystem, eine Software, bei der ich die Farben umstellen kann, sodass man die Farben dann sieht, dass man dann auf einem Farbspektrum sieht, der sich umstellt, was man erkennen kann. Also zum Beispiel, dass man nicht rot und grün nimmt, sondern dann gelb und blau, wenn man gelb und blau ohne Probleme unterscheiden kann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das Wichtigste ist aber eigentlich, die Idee oder die Message überhaupt nicht so zu gestalten, dass die Information nur in der Farbe liegt. Zum Beispiel beim Kontoauszug oder Kontostandsanzeige haben und soll nicht nur dadurch darzustellen, dass man das eine schwarz und das andere rot macht, sondern auch noch zusätzlich ein Minus hinzuschreiben. Dann hat man immerhin eine kleine Chance, diese negativen Beträge oder Abbuchungsbeträge oder was immer es ist, auch erkennen zu können. Oder bei der Ampel zum Beispiel, da hilft eine Konvention. Eine Ampel ist ja immer auf die gleiche Art und Weise gestaltet. Also ich habe immer oben rot, in der Mitte gelb und unten grün. Außer in Amerika bei den Ampeln, die teilweise schräg sind. Aber auch da ist die Reihenfolge dann immer gleich. Es gibt keine Ampel, die auf einmal oben rot hätte. Denn das würde dafür sorgen, dass Leute, die eine Farbfehlsichtigkeit haben, die Ampel nicht richtig lesen könnten. Und das wäre natürlich verheerend an dieser Stelle. Ja, soviel erstmal zur Farbgestaltung. Das schließt unsere Grundlagenkapitel an dieser Stelle ab. Ich werde noch ein weiteres Video machen, was ich hier anstelle, was aber nicht mehr mit diesem Thema eigentlich zu tun hat, sondern so eine Art Zusammenfassung über die drei Grundlagenkapitel ist. Und das ist vor allen Dingen wichtig für die Studenten, die wissen wollen, was sie eigentlich mitnehmen wollen, für eine Klausur, für eine Prüfung, was sie mitnehmen müssen aus diesen vielen Grundlagen, die ich euch erzählt habe. Und aber auch vielleicht für euch alle ganz interessant, noch einmal darüber zu gucken, weil das sind so dann die Sachen, auf die wir uns immer mal wieder zurückbeziehen müssen, die man also parat haben sollte. Für dieses Video reicht es aber und ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei diesem Thema und bis zum nächsten Thema in der nächsten Woche, wenn wir tatsächlich mit der praktischen Gestaltung beginnen.